Hallo und willkommen zurück, meine lieben Freunde. Ich bin Säulego Odo. Wir sind zurück bei Victoria 3 mit Österreich und man, eigentlich mit Stand mittlerweile. Wir nennen es immer bis zum Ende, werden wir es Österreich nennen. Oh, ich sehe, Kakao hat sich gerade wieder gespalten. Diesmal machen wir nicht mit. Wir haben uns in so viele bescheuerte Konflikte gegeben. Können wir nicht. Soll Ihnen der andere helfen? Ist da irgendjemand dabei? Nein. Keine Armee gegen keine Armee, finde ich gut. Finde ich gut, genauso soll es sein. Das sind die besten Kriege, wo keine Armee auf beiden Seiten sind. Finde ich gut. Wartet mal. Jetzt stellen wir noch schnell den Timer. Passt. Okay. Ja, wir sind mitten im Krieg gegen Portugal hauptsächlich. Frankreich hat Ihnen leider geholfen, weswegen wir auch im Krieg mit Frankreich und Spanien sind. Aber gut, was soll's, kann ich da alles haben. Zwei von den Mitgliedern im Krieg haben wir schon aufgeworfen, nämlich Sululand und Sint. Sulu ist jetzt unser Vassal, deswegen. Sint hat seine Sklaverei aufgegeben. Finden und Portugal ist auch kurz im Kollab. Schauen wir mal. Schauen wir mal, ob wir Spanien erobern können. So, natürlich sind wir noch. Ich meine, es bringt uns nicht. Es wird uns nur helfen, Spanien schnell auf den Krieg zu werfen, aber die Krieger von Spanien sind jetzt gerade die Stärksten da. Hatten wir jetzt da schon. Ziemlich, ziemlich gut. So, du. Nein, Katze, das ist meine Kekse. Geh weg. Während wir den Krieg haben, wollen die unbedingt Frauenwahlrechte durchsetzen. Finde ich nicht richtig. Nein, nicht deine Kekse. Okay, Proponents of Women's Suffrage have come to speak before Parliament to argue for their cause, prompting ridicule from Alois Hartmann, who argues, women have no place in Parliament. Hm, nicht ganz unrecht. Er ist sicherlich der Chef von den Konservativen, oder? Ja. Oh, das ist der 103-jährige Admiral. Ah, finde ich gut. We could deny these brave souls the chance to set our country right. Who could deny these brave souls for such a hostile tone is a sign that the fairer sex is not ready for political discourse. Das klingt gut. Wir sind in Trade Unions, wo sind wir da? Da sind wir neutral. In Brennlandmonos sind wir bei minus 4, ja, das passt schon. Nein, Donuts machen wir mal nicht. Ja. So, jetzt war Portugal eigentlich eingenommen. Ich glaube, Goa fehlt noch, rein theoretisch. Ähm, und Macau. Aber gut, das ist uns eigentlich, um ehrlich zu sein. Ich überlege gerade, ob wir Frankreich einfach rot werfen können. Nein, müssen wir wirklich warten, bis die Kapitulieren, die Portugiesen, das gibt's ja wohl nicht. Ne, wir sind bei minus 16. Die sind auch schon bei plus 31. Ja, die verlieren leider viel weniger. Also, rubber discovered in Mozambique. Ah, Mozambique. Ah, man, Mozambique is bei uns. Rubber rush. This place seems to be most efficient. Most effective. Also, caution, we don't want to exhaust this spell. Okay. 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 Wo ist der Unter-Shit? Gut, wir nehmen das. Wo war das in Mozambique, oder? Yes. Gummi, Gummi, gib Gummi, Mann. Ich finde den Fortschritt hier so elendlich langsam. Wieso eigentlich? Ich darf ja keinen Hüberschern. Wie kann es sein, dass das so langsam geht? Wahrscheinlich werden wir da mit den Ägyptern gemeinsam kämpfen, oder wie, keine Ahnung. Sind da nicht einmal ägyptische Truppen dabei? Wo sind die ägyptischen Truppen? Yay. Machen. Machen. Friede, Freude, Eierkuchen. Machen wir das auch. Können wir auch. End Rival. Okay. Sind wir gleich auf Dings. Nachdem wir es machen und wir es machen. Bas. So. 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 Abbsburger, wenn wir in den Hörbord, bist du teppig, dass wir ein Land gewinnen. Abbsburger, du gehst uns auf Dingsrei. Weil. Wir wollen. Nochmal wo anlanden. Und zwar. Wo landen wir an? Ah, das ist noch portugiesisch. Die. Könnten natürlich auch. Die Franzosen angreifen. Wo könnten wir die angreifen? Nein, da. Wieso nicht? Einfach die Fremden. Einfach damit sie schnell aus. Die Spanien haben einen riesen Ort. Okay, wir brauchen da keine Anlandung. Bist du irre. Na gut, wir warten jetzt einmal, bis die, bis die Portugiesen aus dem Krieg rausfliegen. Wenn die aus dem Krieg sind, dann schauen wir mal, ob wir einen weißen Frieden mit dem Leben kriegen. Dann sollte es so bald draußen auch sein. Nachdem die da jetzt. Ah, das ist schon oft. Leider. Das verlieren wir. Hauptsache, wir sind besser. Ja, wir haben zwar die bessere Flotte, aber viel, viel flotter. Na gut. Kann man nichts machen. Ist halt. Was ist das? Sukkuma-Uprising. Oh. Sehr cool. Ich überlege gerade, ob ich die Technik verspüzen soll. Nicht das? Hm. American-Sambi, ja. Was ist amerikanisch-Sambi? Warte. Schau dir was an. Bist du? Dann ja alles hier ganz schön. Okay. Kannst du so bitte angreifen? Yes. Okay, gut. Nachdem Portugal jetzt draußen ist. Was haltet ihr davon, Franzosen, wenn wir einen White Piece machen? Das heißt, no party agrees to this piece deal. Das kann ich sowieso nicht mehr weggeben. Achso, minus 57. Depp. Ich habe das, minus 16, und man sagt, ah ja, so passt. Wollen sie machen. Ich denke. So, das sind's. Du. Gehst bitte da her. Und greifst da weg. Die Ione stehen. Wann sind das wieder? Nein. Jumpask. Großjumpa. Jumpersack. Jumpers. Weißt du. Dann. Nicht. Finde ich. Äh. Interessant. Will ich nicht mehr sehen. Gelegen. Achso, warte mal. Wir haben da eine neue Kolonie. Wir brauchen mehr Rubber. Wir brauchen mehr Ports. Passt. Passt. Gut. Was brauchen wir noch hier? Eisenbahnen wahrscheinlich. Können wir mal in nächster Zeit. Aber gut. Noch. Perfekt. Perfekt. Warum haben die da Textile-Mails hier gebaut? Unfassbar. Large numbers of Sami people have begun migrating. Finde ich gut. So, warte mal. Wo ist die... Naja, wie schaut eigentlich an dieser Front aus? Da habe ich mich gerade. Die habe ich mir überhaupt noch nicht wirklich an. In letzter Zeit. Na bitte. Oder 60.000 gegen ihre 188.000 verlieren zumindest. Aber welche Front ist unbewacht? Das ist ein 1.000. Oh, da ist eine unbewachte Wieso? Ist da nur minus 100? Wo ist die Person, die hier war? Ludendorff. Oder? Ludendorff. Wieso bist du nicht mehr hier? Sagst du mir das? Wieso machst du auf Stand-By? Das kann nicht sein. Können wir so bitte diese Front verteidigen? Ah, können wir nicht mehr, weil... Weil die Portugiesen... Weil wir keine Küste haben. Deshalb kommen wir dort nicht mehr hin. Ach, shit. Geh, bitte. Ich muss noch länger warten. Ach. Du... Machst bitte eine Naval Invasion. Huch. Wieso können wir keine Naval Invasion machen mit dir? Na doch, können wir hier... In... Westenlanderleben. Schauen wir mal, ob wir da noch rechtzeitig hinkommen. Aber das befürchte ich mal. will... Und... ... ... Bien. Schaut gut aus, schaute gut aus. Ich habe plus neun Vorsupport. Okay. Okay. Ah, verdammt. Soll ich total vergessen? Ja, hab ich mit dem DAS da angegriffen. Okay, warte jetzt mal. Wir schicken jemanden von da drüben noch da rüber. Da haben wir eh genügend, oder? Ah, okay. Wir haben doch nicht genügend. Zu viele. Na, okay. Das war's dann aber. Fraglich sollte vorleben. Zumindest, dass das trifft. Oh. United States hilft zu. Uprising. Können wir ihnen auch helfen? Zählen diese besetzten Gebäude gleich für sie, wenn wir was machen? Fack. Jetzt will ich doch keine Frieden mehr mit Frankreich. Nein. Nein. Der Hindenburg. Naja, gut. Kann ich sagen. Aber du kämpfst eh gegen niemanden, also so gesehen passt. Wenn du ein bisschen Attrition hast, nehme ich mal an. Ich frage mich gerade, was passiert in dem Fall dann? Wenn wir zweimal im Krieg mit Frankreich sind. Oh. Wir haben es doch noch hergeschärft. Wie haben wir es da hergeschärft, nachdem wir keine Verbindung mit Wasser haben? Und wir verteidigen auch. Wir verteidigen. Oh. Warte mal. Belgien. Was mit Belgien? Ja. Okay. Eigentlich mache ich beide nicht. Aber... Ist nicht irgendeiner von den beiden in meinem Dings, in meiner... Nein, das sind sie nicht. Sind das meine Marken? Das ist mittlerweile passiert. Ich kann mich wieder erinnern. Echt jetzt? Der ist noch nicht unterwegs nach Hause. Das ist ärgerlich. Na komm schon, komm schon, komm schon. Und noch ein Krieg. Mit Frankreich. Wie schon gesagt, ich frag mich gerade... Wie das hier ist. Okay, Frank verliert gleich von Anfang an relativ viel. Und da sind wir bei minus 1,76. Das passt eh. Wenn sie da schneller verlieren, dann könnte sogar sein, dass sie da schneller kapitulieren als dort. Und das wollen wir ja. So. Stirring radicalism. The radical liberal currents in parts of Germany are causing local revolutionary activity. It could happen anywhere. Zum Beispiel in Sinai. Das wird nicht in Wien passieren. So. Bay of Piscaya. Wo ist das? Ah. Echt? Wir krampfen da? Gott. Okay, da sind wir. Wir hatten zwar weniger Schiffe am Anfang, aber wir besiegen sie, wenn ich mit der gescheiten Flotte komme. Auch gut, da bringen wir auch ein paar Franzosen um. So, was ist das? Brasilien hätte keine Allianz mit uns. Wieso nicht? Brasilien ist ein gutes Land. Was ist mit euch? Wollt ihr in meine Customs Union? Was sagt... ...19. Ich kann was da denken. Vielleicht kriege ich sie in meine Customs Union. Wenn ich eine Obligation von ihnen habe, sollten sie eigentlich in die Customs Union. ... ... Sehr gut, sehr gut. Es wird mehr Schiffe als wir. Das ist gut. Genau wie sich's geht. Oh, warte mal. Was ist das? Ach. Man kämpft gegen uns. Eine liberale Revolte in Oman. Wo sind die? Ach, geh ich jetzt die hier? Ach. Ach. So, kann ich da irgendwann her schicken eigentlich? Was ist mit dem Pech, Mann? Gibt es da irgendwelche Gebäude, die idle sind? Du hier. Rechte, bitte. Hier ab. Es kommen zwei Typen. Ah, nein, der Habsburg macht das nicht. Für Spanien. Nachdem hier eh nur verteidigen. Nachdem die Leute eh nur verteidigen. Greifst du bitte. Hier ab. Hier ab. Nein. wo noch die Schlau- Pirana. Oder Piran halt in dem Fall. Kann ich nur denen einen weißen Frieden anbieten? Was ist... Wie geht das? ich kann nur fragen recht direkt ich kann nur fragen recht aus dem Krieg werfen also eigentlich nicht am Abend, aber naja ich kann nichts machen wir haben da doch einige ungebracht von ihnen, aber das Problem ist die Schlacht verlieren wir dran ja ok, aber das sollten wir jetzt da halten können nehm ich an a revolutionary for our time a voice of the liberalism currently on the rise has resonated with the industrialists was, die Kapitalisten wollen auch einen radikalen Charakter haben ach was, da machen wir halt alle radikal dann geht das auch vorbei ach schauen, das ist gut, ich glaub könnten wir gewinnen unsere immoral ist zwar mies, aber unsere Truppen sind einfach noch immer so gut dass wir das Dach trotzdem gewinnen und mit etwas kommen wir da zum Hafen und die amerikaner kolonialisieren, das ist der Wahnsinn wie auch noch Frankreich, ich bin da schon vollkommen eingezungelt und singelt das ist's das ist's ok gut da haben wir'm hoping das sind halt du hier gehst bitte da her einfach ich nicht so viele truppen da drüben so 70 Die Flamethrowers haben wir außerdem ja vor. Na dann. Machen wir das, in denen wir nicht Fertilizer, sondern... Wenn hier keiner ist, der verteidigt, dann greifst du bitte an. Sehr gut, sehr gut, greif so an, dass die Fronten am besten nicht zusammenkommen. Am besten du übernimmst die Hauptstadt gleich mal. Ah, schaut gut aus, schaut gut aus. Irgendwo muss ich in Madrid sein. Cap. Perfekt. Geht bitte auf Rolet zu. Ausgezeichnet. Damit sollte dann Spanien auch gleich kapitulieren. Echt? Sie haben nur Minus 2, obwohl wir die Hauptstadt gerade eingenommen haben? Ich bin entsetzt. Ich bin so entsetzt. Aber wir warten jetzt tatsächlich noch mit dem... Einfach deshalb, weil... Ich würde ganz gerne, dass Frankreich auch verliert. Deswegen warten wir noch ein bisschen. Die Rebellion ist mir eigentlich relativ wurscht, weil wir haben da Truppen direkt dran. Warte mal, wir haben das nicht erobert da unten. Ah, gibt's ja wohl nicht. Ah, das gibt's ja wohl nicht. Jetzt wird da rausgeworfen worden. Hey, jetzt. Okay. Du mein Freund. Mach seinen Naval Invasion hier. Mit dem Herrn Payne. Das haben wir sehr gut gemacht. Unsere Gegner haben es geschafft auszuwerfen, bevor wir dort den Krieg gewinnen. kommen. Genau, wie sich's gehört. Das sei ja was. Scheer Numbers machen das. Scheer Numbers machen das. Sehr gut. Alles läuft gut. Alles läuft gut. Alles läuft gut. Okay. Okay. Staring radicalism. Causing local revolutionary activity. In Anhalt oder in Wien? Naja. Anhalt. Gifflop. Nee, in Wien. So. 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 Du hast sicher. So. 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 Die ist ein ziemlich heftig, den wir da hinnehmen müssen, verlieren wir 10.000, während und wir in der Zwischenzeit auf der anderen Seite ihr ganzes Land einnehmen, die Bubbler. I can't pack them. Okay, wir haben jetzt 7.2 Leute. Nur den Pechmann, okay gut. Da waren nur noch 2, d.h. da ziehen wir lieber keinen ab. Wo sind die ganzen Leute hin? Die an unseren Front waren. Und da. Du hier greifst bitte da an. Du hier greifst bitte da an. Und du bitte greifst. Da. Ja. Einfach weil wir wollen, dass das Super Uprising gewinnt. Was ist das? Socialist Demagogue. Yeah. Okay. Mehr Radikale. Hurra. Ist ja etwas, was uns sonst nie passiert. Mehr Radikalen. Warte mal, haben wir die Schlacht da doch noch gewonnen? Das bin ich ja cool. So, wie ist das jetzt mit dir Spanien? Ah ja. Minus und zwar jetzt verlierst du. Ich mag das möglichst schnell. Ist ein Pain in the Ass, könnte man sagen. So, wie schaut das da aus? Ah. Das ist ja lustig. Haha. Dadurch, dass wir da das Ding erobert haben. Ja gut. Okay, gut. Dann schicken wir halt noch einen von da. Da. Du. Gehst bitte an diese. Die wir da halt schneller hinter uns haben. War gut, dass wir diese Fronter verloren haben. Dadurch sind die Teile weggezogen offensichtlich. Der Computer ist so doof. So. Armand und Rebellen. Minus. Fast. Brauchen wir eigentlich nicht dort, wie man in Wirklichkeit könnte. Oh. Sehr gut. Spanien hat kapituliert. Das ist gut. So. Ich kann dann hoffen. Du. Hier. Dann hauen wir nämlich die Iraner auch raus aus dem Krieg. Und wir halten nur Frankreich so lange im Krieg. Ich sehe. Ich bin mir eh nicht sicher, ob wir überhaupt verlieren würden unseren Vorteil gegenüber Frankreich hier. Ich hab nicht den Blattesten eines Schimmers, was passieren würde jetzt, wenn wir Frieden schließen würden. Auf der einen Seite mit Frankreich. Okay. Das ist ja lustig. Ich stehe. Ein paar Mal eine Band, ... mit der Support von Apos... Okay... Oh, Frankreich hat noch ein Problem. Jetzt hab ich ja nie mit Leuten gelesen, das ist cool. Will ich denen auch noch helfen? Na, wo ist das? Da... Wäre natürlich auch cool, aber... Nee... Das soll ein anderer machen. Dem Papst hingehen wollen wir auf jeden Fall helfen. Oder auch nicht als Antagonistik uns gegenüber. Revolutionary Rome wäre aber liberal. Auf keinen Fall helfen wir denen. Ja, Papst. Du kannst uns ja gerne was anbieten, das würde mir helfen. Zum Beispiel eine Customs. Ich meine, in Wirklichkeit ist die Uprising wirklich amazing, weil... ... ... die Amerikaner helfen. ... der Amade... ... der Amade Preise finde ich sehr, sehr gut. Wir kommen nach Hannover. Radio Produktion. The production of radios in our factories has led to a boom in employment and profit. More radios! Oder? We should spread this knowledge. 6 armor gets 4k progress on technology radio. Was? Nein. Pff. Die wollten sich nicht uns anschließen. Pay the sea, würde ich jetzt mal sagen. Oh nein, die Franzosen haben es geschafft hierher zu kommen. Das ist ärgerlich. Irgendwie haben sie hier Truppen hergegriffen. Und dann noch Sniff. Könnte man. Also wie schon gesagt, ich habe keine Ahnung was passiert, wenn ich jetzt darf wissen würde. Ich meine, ich will mal so sagen, die zerstören ihre Wirtschaft auf jeden Fall. Oh ja. Standard giving vielleicht. Neue Lists. Immerhin, wir haben noch welche. Standard. Standard. Oh. Standard giving ist ja recht gut eigentlich. Finde ich cool. Echt. Puh. Fuck. Da in den Kolonien ist er voll schlecht. Spanier haben auch einen Rohn. Wie kann das sein? Wie kann das sein? Wir haben gerade ihr Land niedergebrannt. Pff. 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 Egal. Wir werden auf jeden Fall mit den Franzosen nicht frieden stehen, solange wir den Krieg haben. Weil wir können sowieso nicht demobilisieren, wenn wir den Krieg haben. Pff. Okay. Das heißt, das nächste Mal seht ihr hoffentlich unseren glorreichen Sieg gegen die Franzosen. Und hoffentlich mehr Pip für uns. Bis dann. Einen schönen Abend wünsche ich euch. Bis dann. Bye.